Die neu entwickelte Stahlgeometrie ISO-P ist speziell auf die Bedürfnisse des anspruchsvollen Serienanwenders ausgerichtet. Für jede spezifische Anwendung bietet das ATON-Programm ISO-P eine Lösung, sei es bei unterbrochenem Schnitt oder bei hohen Anforderungen an Verschleißfestigkeit oder Prozesssicherheit. Innovative Spanbrechergeometrie sorgt für den optimalen Spanbruch vom Schlichten bis hin zum Schroppen, sowohl in negativer als auch in positiver Bauform. Dank eines neuen Verfahrens ist die Schneidkanten- und Oberflächenbehandlung der Wendeschneidplatte noch genauer und prozesssicherer gestaltet. Die Standzeit und das Schneidverhalten werden deutlich erhöht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017